Terroranschlag in Brüssel, vereitelt. Soldaten erschossen den mutmaßlichen Täter am Abend im Zentralbahnhof der belgischen Hauptstadt, so die Staatsanwaltschaft. Der Mann soll zuvor einen Sprengsatz gezündet haben. Weitere Opfer gab es nicht. Nach Tod des US-Studenten Warmbier, der Druck auf US-Präsident Trump wächst. Die Republikaner fordern, Nordkorea zu bestrafen. Beobachter halten schärfere Sanktionen für möglich. Bundestagsdebatte über Abzug deutscher Soldaten aus Incirlik. Fast 300 Bundeswehrangehörige sollen nach Jordanien umziehen. Hintergrund ist der Streit mit der Türkei über Besuchsrechte deutscher Politiker. Waldbrände in Portugal. Drei Tage nach Ausbruch hätten Einsatzkräfte die Lage weitgehend unter Kontrolle, hieß es. Etwa 2000 Feuerwehrmänner und Helfer sind im Einsatz. Bislang starben mindestens 64 Menschen. Einigung zwischen der Stadt Ferguson und den Eltern des getöteten Michael Brown. Der 18-jährige Schwarze war im Jahr 2014 von einem weißen Polizisten erschossen worden. Sein Tod führte zu monatelangen Protesten. Das Wetter im Norden und Nordosten, zeitweilig dichte Wolken, aber trocken, sonst sonnig und heiß. Im Tagesverlauf über den Bergen einzelne Hitzegewitter 17 bis 36 Grad.